Du aus einer 10-Euro-Seife eine 100-Euro-Seife machen tust und viel, viel mehr. Und los geht's. Du nimmst ein Stück Seife, gibst es auf den Teller. Das ist Kakaoseife oder wie heißt die Seife? Traust jetzt ein paar Minuten und ab geht die Post. Aber gleich, gleich. Ah, wird schon mehr. Siehst du? Fängt an zu wachsen. Obst du so eine Seife? Nein, nicht aufmachen. Schau wie sie wächst. Nicht, lass sie wachsen, das wächst ganz groß. Siehst du, wie sie wachsen? Siehst du, wie sie wachsen? Siehst du? Schau, schau wie sie wächst. Ich geh mich aus. Jetzt hat die ganze Formule zum Baden. Ich glaube, jetzt sollten wir aufhören, oder? Lassen wir noch ein bisschen. Schaut euch die verdammte Seife an, wie groß sie ist. Kemal. Vielen Dank.